Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Fragen, wie ermittelt man Bedeutung oder auf welcher Grundlage trifft man wissenschaftlich Bedeutungsaussagen. Den Hintergrund dieser Fragen bildet die simple Tatsache, dass der Ausdruck Bedeutung etwas bezeichnet, auf das wir keinen direkten Zugriff haben. Anders als die vokalischen Geräusche, die grafischen Symbole oder die körperlichen Gebärden, die wir als gesprochen, geschrieben und gebärdensprachliche Äußerungen erkennen können, entzieht sich das, was mit Bedeutung in den meisten Bedeutungstheorien gemeint ist, unserer direkten Beobachtung und damit auch der Aufzeichnung und der einfachen Analyse. Wir können eine Seite des Skripts zu diesem Podcast unter das Mikroskop legen. Wir können sie auch zentrifugieren oder bestrahlen, einweichen, kochen, homogenisieren, verbrennen und schauen, was übrig bleibt oder sie in CERN mit Teilchen beschießen. Die sprachliche Bedeutung werden wir so nicht ermitteln. Was wir beobachten können, sind zunächst also nur die materiellen sprachlichen Zeichenträger. Boris Becker verkauft seine Trophäen. Wir können diesen Zeichenträger nach verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, schauen, wie sie analysierbar und kombinierbar sind und entsprechend Phonetik, Phonologie, Morphologie und Syntaktik daran betreiben. Aber wie können wir guten Gewissens wissenschaftlich über die Bedeutung des Satzes sprechen? Woher kennen wir die Bedeutung dieses Satzes? Damit meine ich sowohl uns als SprecherInnen des Deutschen im Alltag, die wir mit unseren Verwandten und Bekannten sprechen, als auch uns als WissenschaftlerInnen, die sich beruflich mit der Erforschung sprachlicher Bedeutung beschäftigen. Wie können BedeutungsforscherInnen behaupten, die Bedeutung eines Satzes bestehe in dem und dem oder laute so und so? Haben Sie Belege dafür? Wir würden von wissenschaftlichen Aussagen mindestens erwarten, dass sie intersubjektiv nachvollziehbar sind, dass also Jedix mit den angewendeten Methoden prinzipiell zu den gleichen Ergebnissen kommen sollte. Und wie sieht es aus, wenn man andere Sprachen als die eigenen untersucht? Wie kommt man dabei zu validen, das heißt zustimmungsfähigen und replizierbaren Bedeutungsaussagen? Die eigene muttersprachliche Kompetenz hilft da nicht weiter. Wie kommt man trotzdem zu validen, das heißt zustimmungsfähigen und replizierbaren Bedeutungsaussagen? Oder stellen Sie sich vor, Sie untersuchen den Spracherwerb von Kindern. Wie können Sie nachprüfbare Aussagen darüber treffen, was Kinder verstehen, die ihnen verbal nicht adäquat Auskunft geben können, wenn man sie mit sprachlichen Reizen konfrontiert? Und was Kinder meinen, wenn sie selbst etwas äußern? Ähnliche Fragen stellen sich auch in Bezug auf pathologischen Sprachgebrauch. Denken Sie an rekonvaliszierende SchlaganfallpatientInnen. Soweit so klar die Frage, wie man Bedeutung ermittelt. Die Antwort ist nicht einfach, aber die Frage scheint klar genug zu sein. Bei näherem Hinsehen wird sich aber wieder einmal zeigen, dass eine ebenso klare Antwort nicht möglich ist. Dafür sind nämlich einige Kommt drauf ans nötig, die uns zwingen, einige Differenzierungen vorzunehmen. Welche das sind, erfahren Sie jetzt. Was ist mit Bedeutung überhaupt gemeint? Wenn wir die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke ermitteln wollen, müssen wir noch keine vollgültige Bedeutungstheorie haben. Wir müssen aber zumindest eine Vorstellung davon haben, wonach wir suchen. Denn, und das ist das erste Unklare an der Ausgangsfrage, der Ausdruck Bedeutung ist ein abstrakter Ausdruck. Und man hat früher genau wie heute damit sehr verschiedene Sachen gemeint. Ich verweise auf den Podcast, worum geht es bei der Frage nach Bedeutung und warum ist sie kompliziert. Wer Bedeutung ermitteln möchte, muss also zuallererst einmal wissen, was mit dem Ausdruck gemeint sein soll. Im Strukturalismus nach de Saussure ist die Bedeutung eines Zeichens im Sinne der Long, also des abstrakten oder virtuellen Zeichensystems, etwas abstraktes oder virtuelles. Eben das, was aus der Parole, dem realen Sprachgebrauch, abstrahiert ist. Der abstrakten virtuellen Bedeutung liegen natürlich echte Vorstellungen oder Konzepte von echten SprachbenutzerInnen zugrunde, die diese in der Parole mit echten Lautbildern assoziieren. Außerdem handelt es sich bei der Bedeutung eines sprachlichen Zeichens im Sinne der Long um etwas Konventionelles. Das Wort Konvention ist aber leider genauso abstrakt wie das Wort Bedeutung. Konventionen sind auch nichts, was uns direkt zugänglich wäre. Aber sind uns die Vorstellungen der SprachbenutzerInnen auf der Ebene der Parole zugänglich? Können sie sehen oder sichtbar machen, was ich mir unter Rekonvaleszieren vorstelle? Nein, das können sie nicht. Wir können also weder abstrakte oder virtuelle und konventionelle Vorstellungen noch konkrete und individuelle Vorstellungen beobachten. Und dennoch werden Bedeutungen strukturalistisch ermittelt, zumindest wenn wir ermitteln etwas großzügig interpretieren. Eine merkmalssemantische Analyse des Ausdrucks Fluss ermittelt das Semem des Ausdrucks Fluss, also genau das Bündel an Semen, also einzelnen semantischen Merkmalen, das nötig und hinreichend ist, um die Vorstellung eines Flusses von allen anderen Vorstellungen zu differenzieren, für die ebenfalls Lautbilder existieren, zum Beispiel Bach, See, Rinsal und mehr. Nehmen wir das Wort ermitteln aber ein wenig ernster. Wie gewinnt denn eigentlich die Merkmalssemantik die semantischen Merkmale? Und woher weiß sie immer so genau, welches semantische Merkmal welchem Lautbild, also welchem Ausdruck, zuzuordnen ist? Ich stelle die Antwort zurück. Denken Sie jetzt mal an Frege. Nach Frege ist der Sinn eines sprachlichen Ausdrucks, den er im Falle eines Satzes auch Gedanke nennt, nichts Subjektives, nichts Individuelles, nichts im Geist von SprachbenutzerInnen, sondern etwas Objektives, Ideales, möglicherweise etwas Denknotwendiges. Wenn NachfolgerInnen von Frege in der linguistischen Semantik über sprachliche Ausdrücke reden, meinen viele von ihnen damit keine konkreten Vorkommnisse von Sprache, keine authentischen Sprachbelege. Sie nehmen dafür erfundene Beispiele, die ihnen klar genug erscheinen. Aber wie ermitteln sie dann den Sinn der Ausdrücke, über die sie semantische Behauptungen aufstellen? Denken Sie an die kognitive Semantik. Bedeutung ist Konzeptualisierung. Das ist gar nicht so weit von der saussischen Paroleauffassung entfernt. Wie ermittelt die kognitive Semantik aber die Inhalte und Prozesse der Konzeptualisierung? Auch viele kognitive SemantikerInnen betreiben Semantik ohne authentische Sprachbelege und dafür mit erfundenen Beispielen, meistens aus der eigenen Muttersprache, solche, die ihnen klar genug erscheinen. So habe ich es ja auch mit Boris Becker verkauft, seine Trophäen gemacht. Sowohl in der wahrheitsfunktionalen als auch in der kognitiven Semantik gibt es aber auch viele, die Korpuslinguistik betreiben und ihre semantischen Aussagen über authentisches Sprachmaterial treffen. Aber auch bei diesem beobachten wir ja nur die sprachlichen Ausdrücke. Ihre Bedeutungen sehen wir nicht. Zwischenfazit. Es gibt verschiedene Bedeutungstheorien, aber mit welchem Vorgehen sie die Bedeutungen von sprachlichen Ausdrücken bestimmen, wissen wir noch nicht. Es scheint für solche Theorien prinzipiell schwierig zu sein, die Frage zu beantworten, die abstrakte, virtuelle oder ideale Bedeutungsbegriffe vertreten. Auf der anderen Seite wissen wir, dass in einigen Konzeptionen, zum Beispiel in der kognitiven Semantik und in der Saussure'schen Parol, Bedeutungen in Konzeptualisierungen beziehungsweise Vorstellungen bestehen. Diese sind zwar weder abstrakt, noch virtuell, noch ideal, sondern irgendwie wirklich, aber beobachtbar sind sie deswegen noch nicht. Wie lassen sich Bedeutungen also ermitteln? Oder lassen sie sich gar nicht wissenschaftlich ermitteln, so dass überprüfbare Aussagen und replizierbare Ergebnisse zustande kommen? Sind Semantik und Pragmatik am Ende nur Astrologie mit Wörtern? Egal welchen Bedeutungsbegriff man nimmt, bei keinem lassen sich sprachliche Bedeutungen einfach durch Beobachtung ermitteln. Modifizieren wir also ein bisschen die Fragerichtung. Ich werde Ihnen jetzt gängige semantische Untersuchungsmethoden vorstellen und anschließend diskutieren, inwiefern damit sprachliche Bedeutungen erforscht werden. Sehr viele BedeutungsforscherInnen berufen sich bei ihren Bedeutungsaussagen einfach auf ihre muttersprachliche Kompetenz. Das trifft auf viele Bedeutungstheorien und Studien im Umkreis der wahrheitsfunktionalen Semantik und Pragmatik und der kognitiven Semantik zu. Ein Beispiel. Eine Forschungsfrage und das Thema einer Podcast-Folge ist beispielsweise, wie arbiträr der Zusammenhang zwischen Grammatik und Bedeutung ist. Es lässt sich zeigen, dass Ereignisse, die uns ähnlich erscheinen, ähnlich grammatisch realisiert werden. Katharina zerbricht die Vase. Der Stein überrollt die Katze. Katja küsst ihre Freundin. Das überrascht mich. Niemand trinkt Alkohol. Das sind alles Verb-Zweitsätze mit Subjekt-Akkusativ-Objekt-Struktur, die Ereignisse ausdrücken, in denen die Subjekt-Referenten die Objekt-Referenten affizieren oder eine Zustandsveränderung in ihnen herbeiführen. Wenn das der Fall ist, können solche Sätze auch passiviert werden, ohne dass sich an ihrem Wahrheitswert oder an ihrem Vorstellungsinhalt etwas ändert. Ihre Freundin wird von Katja geküsst, Alkohol wird von niemandem getrunken und so weiter. Solche semantischen Verallgemeinerungen werden auf Basis muttersprachlicher Intuitionen vorgenommen. Die Methode heißt Introspektion. Man beobachtet die inneren Vorgänge in sich selbst und die inneren Vorgänge heißt, was man sich vorstellt, wenn man bestimmten Ausdrücken oder Äußerungen begegnet oder auch ihre Beurteilung hinsichtlich eines bestimmten Merkmals. Ob sie zum Beispiel akzeptabel sind, ob sie grammatisch sind, ob sie gleiche oder unterschiedliche Bedeutungen haben. Ein Vorteil an dieser Methode ist, dass sie immer verfügbar ist und sehr einfach semantische Daten liefert. Die Urteile betreffen hier so etwas wie, ob Subjektreferenten und Referenten von direkten Objekten in bestimmten Beispielsätzen gemeinsame Merkmale haben, ob Passivvarianten von diesen Sätzen akzeptabel sind und Ähnliches. Man kann hierbei auch sehr systematisch vorgehen und in Sätzen immer nur ein Merkmal versuchen zu verändern und schauen, ob sich in der Passivierbarkeit oder in der Vorstellung Agenz affiziert Patienz etwas verändert. Ein Nachteil dieser introspektiven Methode ist, dass von einem Einzelfall, nämlich den eigenen Intuitionen, auf alle Fälle, also die Intuitionen anderer, verallgemeinert wird. Solche sogenannten induktiven Schlussfolgerungen sind problematisch, weil sie logisch ungültig sind. Es wäre ja für eine empirische Wissenschaftsdisziplin mindestens wünschenswert, dass so viele Fälle wie möglich untersucht werden, damit demonstriert werden kann, dass die Übertragung auf alle Fälle zumindest plausibel ist. Immerhin geht es ja um Konventionen, die in der gesamten Sprachgemeinschaft gelten sollen und nicht nur für sich selbst. Prinzipiell können sich solche Intuitionen zwischen SprecherInnen nämlich auch unterscheiden. Es ist auch nicht klar, welche Faktoren in solchen intuitiven Urteilen wirksam sind. In Urteile, beispielsweise ein solches, ob ein Satz akzeptabel ist, kann alles Mögliche eingehen, das in der Methode nicht kontrolliert wird. Semantische Plausibilität zum Beispiel, pragmatische Angemessenheit, grammatische Wohlgeformtheit, persönliche Neigungen, Gedächtniskapazitäten, linguistische Vorkenntnisse, professionelle Deformationen, Deformationen und so weiter. Intuitionen sind darüber hinaus auch fehlbar. Wir übersehen beispielsweise sehr viele Mehrdeutigkeiten. Außerdem ist unser sprachliches Wissen weitgehend unbewusst. Über die allermeisten unserer sprachlichen Kenntnisse können wir gar keine Auskunft geben. Sie stellen prozedurales Wissen dar, Know-how, ohne dass wir deklaratives Wissen darüber hätten, also erklären könnten, was wir tun, wenn wir sprechen und verstehen. Intuitionen kommen an dieses unbewusste Know-how nicht ran. Noch ein großer Nachteil ist, dass man mittels Intuition nie den ganzen begrifflichen Inhalt und nie den ganzen referenziellen Umfang von Ausdrücken erfassen wird. Denken Sie an den Ausdruck Fluss. Sie werden nicht in der Lage sein, für ein Wort oder einen Satz Ihrer Sprache alle semantischen Merkmale aufzuzählen, die ihn ausmachen, und Sie werden nicht alle Referenten im Kopf haben, auf die der Ausdruck potenziell anwendbar ist. Oder haben Sie jetzt bei Fluss an den Redefluss gedacht? Man sollte die Introspektion auf Basis muttersprachlicher Intuition aber auch nicht gänzlich verdammen. Erstens muss man die Intuition nicht als Endergebnis semantischer Forschung behandeln, sondern kann sie als Hypothesen bildendes Verfahren einsetzen, um anschließend die mit der Introspektion gewonnenen Hypothesen an vielen SprecherInnen oder vielen sprachlichen Belegen so zu testen, dass bestimmte Verallgemeinerungen plausibler werden. Zweitens sind Intuitionen ein unabdingbares Instrument für semantische Forschung, wenn man nicht anstrebt, den gesamten Begriffsinhalt oder Umfang von Ausdrücken oder Äußerungen zu dokumentieren, sondern wenn man sprachliche Reize vergleichend untersucht. Freges Einsicht, dass sich Morgenstern und Abendstern in ihrem Sinn, also in der Art ihres Gegebenseins unterscheiden, aber nicht in ihrer Referenz, kommt ohne die vollständige Dokumentation ihres jeweiligen Sinns aus. Es reicht hier die Erkenntnis, dass sie ungleich sind. Ebenso ist das Urteil darüber, ob Katja tötet die Katze, bedeutungsgleich ist, mit Katja verursacht, dass der Zustand der Katze sich von lebendig nach Tod ändert, nicht darauf angewiesen, dass wir alle Bedeutungsaspekte von beiden Sätzen erfassen und trotzdem können wir so Bedeutungsaussagen machen. Verhaltensexperimente Streng genommen ist die Introspektion, von der eben die Rede war, schon ein Verhaltensexperiment. Man bringt sich selbst dazu, unter bestimmten Bedingungen vorgefertigte sprachliche Ausdrücke zu interpretieren und dann die Interpretation zum Gegenstand von semantischen Urteilen zu machen, beispielsweise ob ein Satz semantisch akzeptabel ist, ob zwei Sätze gleich akzeptabel sind oder ob zwei Sätze das Gleiche oder Verschiedenes bedeuten. Der Clou an der Introspektion ist aber, dass man nur sich selbst untersucht, dass man weiß, warum man das untersucht und dass die Urteile kein beobachtbares Verhalten sein müssen, sondern sozusagen im Kopf stattfinden können. Wie gesehen sind damit viele methodische Probleme verbunden. Einige davon kann man lösen, wenn man diese Verhaltensexperimente mit anderen SprecherInnen macht. Hier gibt es jetzt diverse Möglichkeiten. Man kann beispielsweise Versuchspersonen Sätze vorspielen oder zeigen, die entweder aktiv oder korrespondierende Passivsätze sind. Also die Frau tötet die Katze oder die Katze wird von der Frau getötet und anschließend von ihnen verlangen, auf einen weiteren Satz hin, so schnell wie möglich eine Ja- oder Nein-Taste zu drücken. Dieser weitere Satz könnte lauten, die Katze ist tot. Und die Versuchspersonen sollen beurteilen, ob das dem vorangegangenen Satz entspricht oder nicht. Dabei könnte herauskommen, dass schneller und öfter die richtige Taste gedrückt wird, wenn zuvor der Aktivsatz gehört oder gelesen wurde, im Gegensatz zum Passivsatz. Unsere Frage lautet, wie ermittelt man Bedeutung? Offenbar ist, egal als was man Bedeutung auffasst, die Bedeutung von die Frau tötet die Katze und die Katze wird von der Frau getötet, nicht beobachtbar. Beobachtbar ist aber das Reaktionsverhalten der Versuchspersonen. Wenn sie nun mit hunderten Aktiv- und Passivsätzen konfrontiert werden und für alle zeigt sich, dass Reaktionen auf Aktivsätze schneller und akkurater ausfallen, lässt das Rückschlüsse von ihrem äußeren Verhalten dem Knopf drücken auf ihr inneres Verhalten die Interpretationsprozesse zu. Der Rückschluss könnte lauten, Passivsätze sind schwieriger zu interpretieren als Aktivsätze. Von dort aus könnte man jetzt weitere Hypothesen bilden, warum das so ist und sich neue Experimente ausdenken, um das zu testen. Beachten Sie, dass auch hier nicht der gesamte Begriffsinhalt oder Umfang erforscht wird, sondern wieder vergleichend vorgegangen wird. Es werden zwei Reize getestet, die sich in einem bestimmten Faktor unterscheiden. Man kann Lesezeiten mit Lesestellen korrelieren. Zeitgemessen wird auch in anderen Typen von Verhaltensexperimenten. Man kann Versuchspersonen an einen Rechner setzen und geschriebensprachliche Sätze Wort für Wort visuell zeigen. Wann das nächste Wort gezeigt wird, bestimmen die Versuchspersonen per Knopfdruck jeweils selbst. Man nennt das Self-Paced Reading Task. Nach dem ganzen Satz erfolgt dann eine Verständnisfrage. So kann man beispielsweise herausfinden, wie Versuchspersonen auf lokale Ambiguitäten reagieren. Es gibt sogenannte Gartenpfad-Sätze, die bis zu einem bestimmten Wort hin Ambig sind und durch dieses Wort dann desambiguiert werden, allerdings zu einer Lesart hin, die unerwartet ist. Ein Beispielsatz ist Wundern Sie sich nicht, wenn Sie den Satz gar nicht verstehen. Das Pferd rannte an der Scheune vorbei viel, bis The horse raced past the barn ist noch alles in Ordnung. Wir interpretieren einen Aktivsatz, nachdem das Pferd an der Scheune vorbeirannte. Dann kommt fell und wir bekommen es in unserer Interpretation nicht mehr unter. Wir müssen jetzt reanalysieren, und zwar, dass raised ein Past Participle ist. Die unerwartete Lesart lautet The horse that was raced past the barn fell. Raised past the barn ist also ein reduzierter Relativsatz. Das Pferd, das an der Scheune vorbeigeritten wurde, fiel. Man bekommt also schwere Probleme bei der Bedeutungskomposition. Zu der Reaktionszeitinformation kommt hier bei diesem Self-Paced Reading Task auch noch die Information hinzu, an welcher Stelle die Schwierigkeiten auftauchen. Auch hier kann man natürlich die Bedeutungskomposition nicht direkt beobachten, aber indirekt. Die Versuchspersonen sollten ohne Probleme und ohne Verzögerungen die Wörter weiterklicken, bis sie zu fell kommen. Und dort sollten sie lange mit ihrem Blick verweilen, ohne weiterzuklicken, nämlich so lange, bis sie die Bedeutung dieses Worts in ihre Interpretation des ganzen Satzes integrieren konnten. Das lässt Rückschlüsse auf den Verlauf der kognitiven Bedeutungskomposition in Abhängigkeit von grammatischen Strukturen zu. Und in der Folge kann man jetzt sowohl die Bedeutungskomposition als auch die grammatischen Strukturen versuchen zu modellieren, hypothesenweise und in weiteren Experimenten dieser Art dann zu testen. Ähnlich funktionieren auch Eye-Tracking-Experimente. Also dabei werden Blickbewegungen aufgezeichnet. Blickbewegungen sind auch eine Form des Verhaltens. Dabei werden die Fixationen des Blicks aufgeschriebenem Text danach erfasst, was im Text wie lange fixiert wird. Hier ist es ähnlich wie beim Self-Paced Reading, nämlich so, dass längere Verweildauern des Blicks auf bestimmten Elementen Rückschlüsse auf semantisch anspruchsvolle Prozesse erlauben, ebenso und zusätzlich zum Self-Paced Reading aber auch Sprünge im Text mit den Augen. Sie können also natürlich beim Lesen mit den Augen vor- und zurückspringen, wenn Sie den ganzen Text sehen und nicht nur ein Wort. Man kann Blickbewegungen auch auf Bildern mit sprachlichen Reizen korrelieren. Das Aufzeichnen und Messen von Blickbewegungen kommt auch noch in einer anderen Art von Verhaltensexperimenten vor. Zum Beispiel kann man etwas über die Verstehenskompetenz von Kleinkindern herausfinden, die selbst erst Einwortäußerungen produzieren. Wenn man Ihnen eine sprachliche Äußerung vorspielt und Ihnen gleichzeitig zwei Bilder zeigt, von denen nur eins zu dem passt, was die Äußerung aussagt, dann schauen Sie länger auf dieses Bild, was als Hinweis auf Verstehen angesehen wird. Würden Sie beide Bilder zufällig oder gleich lang anschauen, würde man nicht auf Verstehen schließen. Bilder kann man auch anders einsetzen, nämlich beispielsweise, wenn man feststellen möchte, wie Versuchspersonen die Wahrheit eines Satzes überprüfen. Dafür spielt man Ihnen Sätze vor und zeigt Ihnen ein Bild oder eine Szene und lässt Sie dann beurteilen, ob die Sätze wahr sind, relativ zu der Szene. Ihre Blickbewegungen geben dann über die kognitiven Prozesse Aufschluss, die dabei beteiligt sind, wenn Sätze verifiziert oder falsifiziert werden. Man kann auch Rückschlüsse über semantische Vorhersagen treffen, die auf der Basis von sprachlichen Ausdrücken möglich sind. Zeigt man Versuchspersonen beispielsweise ein Bild mit Kuchen und anderen nicht essbaren Gegenständen und spielt Ihnen dabei den Satz vor The boy will eat the Dann schauen Sie schon auf den Kuchen bevor er überhaupt sprachlich realisiert ist. Das lässt möglicherweise Rückschlüsse darauf zu, wie das Verb to eat kognitiv repräsentiert ist, dass beispielsweise die Annahme einer semantischen Argumentstelle für Essbares psychologisch plausibel ist. Zwischenfazit Verhaltensexperimente lassen uns Verhalten beobachten, sie lassen uns aber nicht Bedeutungen beobachten. Sie lassen vielmehr Rückschlüsse zu, wie wir von der Wahrnehmung sprachlicher Ausdrücke zu Vorstellungen davon kommen, was mit ihnen ausgedrückt wird. Es sollte klar geworden sein, dass in solchen Experimenten immer sehr feingliedrige Fragen untersucht werden und oft nur zwei Untersuchungsbedingungen miteinander verglichen werden. Man kann also nicht erwarten, dass aus einem Experiment eine vollgültige semantische Theorie darüber resultieren kann, wie in unserer Kognition der Bedeutungsaufbau stattfindet und wie er mit grammatischen Strukturen zusammenhängt. Das verlangt ein ausgetüfteltes Forschungsprogramm, in dem systematisch sehr viele verschiedene Experimente durchgeführt werden, mit denen dann immer neue, aufeinander aufbauende Mini-Hypothesen getestet werden, bis sich am Ende so etwas wie ein übergreifendes Bild semantischer Strukturen und Prozesse ergibt. Befragungen Wir gehen jetzt weg von den Verhaltensexperimenten. Eine weitere Methode, um Bedeutungen nämlich indirekt zu ermitteln, sind Befragungen. Man konfrontiert Gewerkspersonen mit sprachlichen Reizen und stellt ihnen Fragen oder Aufgaben dazu. Oder man konfrontiert sie mit außersprachlichen Reizen und stellt ihnen Produktionsaufgaben dazu. Solche Befragungen gehören nicht im engeren Sinne zu den Verhaltensexperimenten wie Reaktionszeitmessungen und Blickbewegungsverfolgung. Das hängt wahrscheinlich daran, dass die Verhaltensexperimente Verhalten im engeren Sinne zum Gegenstand haben, also unwillkürliche Reaktionen auf Reize. Befragungen dagegen erlauben Gewerkspersonen Abwägung, Reflexion, Überlegen. Deshalb liefern sie auch keine zeitlich und räumlich aufgelösten Informationen und das, was sie tun, ist viel weniger kontrollierbar und vom Experimentdesign vorgebahnt. Wir erfahren oft nichts über den Verlauf der Interpretation und nichts darüber, was genau in einer Reizkonstellation zu einem Urteil oder einer Bewertung geführt hat. Befragungen können in einer ganzen Reihe von Modi durchgeführt werden. Man kann Aufgaben- oder Fragenkataloge im Labor oder zu Hause, am Rechner oder auf Papierfragebögen mit Text- oder Ankreuzaufgaben durchführen, man kann die Akzeptabilität von Sätzen in Satzpaaren abfragen, man kann außersprachliche Kontexte vorgeben und Gewerkspersonen fragen, was sie in dieser Situation selbst sagen würden. Eine Beispielstudie für diese Befragungsmethode ist folgende. Im Deutschen gibt es einige Möglichkeiten, Possession attributiv auszudrücken. Die Brille von Gertrud, Gertruds Brille, der Gertrud ihre Brille, der Puppenfuß, der Balkon am Haus und andere. Jetzt ist es so, dass nicht jede dieser syntaktischen Konstruktionen für jede Beziehung zwischen den Nomenreferenten zur Verfügung steht. Gertruds Brille ist im Standarddeutschen unauffällig. Des Hauses Balkon aber ist antiquiert. Hier müsste es lauten der Balkon des Hauses. In vielen Varietäten, zum Beispiel in Dialekten und Umgangssprachen ist auch der possessive Dativ verbreitet, Typ der Gertrud ihre Brille. In den gleichen Varietäten ist es aber nicht möglich, dem Haus sein Balkon zu sagen. Warum nicht? Eine semantische Fragestellung wäre jetzt also, welche semantischen Beziehungen zwischen Referenten durch welche syntaktischen Konstruktionen ausgedrückt werden können. In einem möglichen Set an Aufgaben kann man jetzt in einem Kontext beschreiben, dass zwischen zwei Gegenständen eine possessive Beziehung im weiteren Sinne besteht. Dass beispielsweise eine Brille eine Rolle spielt, die Gertrud gehört. In einer Ergänzungsaufgabe werden die Gewerkspersonen dann aufgefordert, diese Beziehung in Form einer attributiven Nominalfrase zu verbalisieren. Sie müssen den Satz Ich weiß, was das ist, ergänzen und dabei die Wörter Brille und Gertrud verwenden. Wenn Sie nun SprecherInnen des Standarddeutschen sind, können Sie wählen Gertruds Brille, die Brille von Gertrud, aber nicht der Gertrud ihre Brille, die Gertrud Brille, der Gertrud Brille und Ähnliches. In verschiedenen Aufgaben könnte man jetzt also die semantischen Merkmale der Gegenstände variieren und schauen, welche der Beziehungen durch welche Konstruktion ausgedrückt wird. Dadurch erhielte man also Aufschluss darüber, was semantisch gleiche und semantisch verschiedene Beziehungen sind. Wenn man Hypothesen darüber hat, was bestimmte syntaktische Konstruktionen bedeuten, kann man Kontexte konzipieren, in denen diese Konstruktionen laut Hypothese präferiert verwendet werden. Nun kann man Gewährspersonen diese Konstruktionen nebst konkurrierenden Konstruktionen präsentieren und sie auffordern, diejenige anzukreuzen, die sie im angegebenen Kontext selbst verwenden würden. So würde man die Hypothese überprüfen. Man kann auch Szenen, die sich in bedeutsamen Merkmalen unterscheiden, bildlich oder filmisch darstellen und Gewährspersonen sie verbalisieren lassen. Durch systematische Manipulation der Merkmale in den Szenen können Änderungen in der Verbalisierung herbeigeführt werden und so die Bedeutungen von bestimmten Konstruktionen erschlossen werden. Hier sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auch hier ein Zwischenfazit. Befragungen können in vielerlei Formen durchgeführt werden und mit ihrer Hilfe lassen sich Urteile evozieren, die semantische Plausibilität, pragmatische Akzeptabilität, Präferenzen in der Produktion und im Verstehen betreffen und das alles kann man erfragen, indem man im sprachlichen oder nicht sprachlichen Reizmaterial semantische oder pragmatische Faktoren moduliert. Urteile durch Kreuzchensätzen oder durch Sprachproduktions Aktivitäten machen natürlich Bedeutung ebenso wenig sichtbar wie Reaktionszeiten, Augenbewegungen oder irgendwas anderes. Aber es lassen sich auch hier durch systematische Testreihen Faktoren isolieren, die Unterschiede in der Akzeptabilität oder Plausibilität von Äußerungen auslösen oder die einen Umschlag in der Präferenz zwischen verschiedenen sprachlichen Ausdrücken bewirken. Korpusstudien Eine weitere Methode der Bedeutungsforschung, die ich aufführen möchte, sind Korpusstudien. Ein Korpus ist eine Sammlung an authentischem Sprachmaterial, das aus bestimmten Erkenntnisinteressen erstellt wurde. Das sprachliche Material kann in jeder Vorkommensform von Sprache vorliegen und von weiteren Informationstypen begleitet werden. Es kann zum Beispiel Filmmaterial sein, weil Sprachgebrauch in bestimmten Situationen gefilmt wurde. Es kann sich auch um Tonaufnahmen oder um Transkripte von realem Sprachgebrauch handeln. In vielen Fällen liegen auch sogenannte Metainformationen zu dem Material vor, beispielsweise die Eckdaten der Aufnahme, wo sie wann von wem aufgenommen wurde, sozial- und biografische Daten der SprecherInnen, Sprache und Dialekt und ähnliches. Das Material kann nicht nur in bestimmten Transkriptionsformen vorliegen, zum Beispiel in phonetischer oder in orthografischer Umschrift, sondern auch in bestimmten Tiefegraden annotiert sein, zum Beispiel morphologische und syntaktisch, aber auch semantisch und pragmatisch. Da kann man zum Beispiel in einem Korpus von Zeitungstexten thematische Rollen zu den Komplimenten von Verben zuweisen oder die Nomen in diesen Komplimenten danach klassifizieren, welche Positionen sie auf der sogenannten Belebtheitsskala einnehmen. Das könnte dann wiederum dazu dienen, die semantischen Valenzeigenschaften von Verben herauszufinden und das damit in Relation setzen, welche semantischen Eigenschaften die Komplimente dieser Verben haben, wenn sie in aktiv gegenüber Passivsätzen auftauchen. Denn wie Sie vielleicht wissen, kann nicht jedes Verb im Passiv auftauchen und mit welchem das geht, ist durch semantische Faktoren bedingt. Natürlich sind semantische und pragmatische Annotationen von sprachlichen Corpora keine direkten Zugriffe auf Bedeutung. Scheinbar ist bloßes Sprachmaterial ohne zugleich auch einen visuellen oder wenigstens akustischen Kanal für semantische und pragmatische Fragestellungen unbrauchbar, denn wir haben ja schlechtestenfalls nur die sprachliche Ausdrucksseite vorliegen und bestenfalls unsere eigene Kompetenz in der Sprache des Materials, sodass semantische oder pragmatische Klassifikationen wieder nur die eigene Intuition widerspiegeln würden. Das ist ein großer Nachteil an Korpusstudien. Etwas davon kann wettgemacht werden, indem das gleiche Material von mehreren Personen unabhängig voneinander annotiert wird oder wenn die Annotation automatisch erfolgen kann. Dafür muss es beispielsweise Datenbanken geben, in denen sowas wie die Belebtheitswerte von Nomen gespeichert sind, die dann mit den Nomen in einem Korpus verknüpft werden können. Ein Vorteil von Corpora liegt darin, dass sie authentisches Sprachmaterial enthalten können, also solches, das nicht von LinguistInnen vorgegeben oder kontrolliert ist, wie in Verhaltensstudien und vielen Befragungen. In vielen Fällen spielt auch das Bewusstsein der Gewährspersonen, dass sie beim Sprachgebrauch beobachtet werden, keine große Rolle oder zumindest eine viel kleinere als in Laborexperimenten oder Interviewbefragungen. Die Beobachtungssituation kann nämlich große Auswirkungen auf das Sprechen haben, sodass es dann natürlich nicht mehr authentisch ist. Der Nachteil an Korpusstudien ist natürlich, dass man mitunter sehr viel Material braucht, um Belege für das Phänomen zu finden, das man untersucht, insbesondere wenn es um Satzbedeutungen geht. Die semantischen oder pragmatischen Annotationen solcher Belege sind auch in besonderem Maße unsicher, weil sie nicht innerhalb von Satzpaaren erhoben wurden, in denen nur ein Bedeutungsmerkmal kontrolliert manipuliert wurde, sondern eben unkontrolliert sozusagen in freier Wildbahn vorkommen. Ein weiterer Vorteil von Korpusstudien ist, dass sie vielerlei sprachliche Phänomene liefern, die LinguistInnen gar nicht bedenken, wenn sie bloß introspektiv über Phänomene nachdenken, wenn sie Verhaltensstudien oder Befragungen konzipieren. Das können zum Beispiel seltene Lesarten bestimmter Verben sein. Viele LinguistInnen haben lange über die Bedeutung von Geben nachgedacht und was es in einer detransitiven syntaktischen Konstruktion bedeutet, zum Beispiel im Vergleich zu anderen detransitiven Verben. Wenige haben dabei aber an Vorkommnisse von Geben gedacht, die zwar häufig gebraucht werden, aber selten im Fokus semantischer Betrachtungen stehen. Zum Beispiel hat die idiomatische Wortverbindung den Ausschlag geben kaum einen semantischen Zusammenhang mit Geben in der detransitiven Konstruktion, könnte aber häufig vorkommen und deshalb auch prominente Rollen in der Kognition von SprecherInnen spielen. Ein mittlerweile großes Forschungsgebiet der korpuslinguistischen Bedeutungsforschung sind distributionelle Analysen. Dabei untersucht man riesige Textmengen mit komputationeller Unterstützung und lässt sich zum Beispiel alle Vorkommnisse, zum Beispiel einer Wortform ausgeben und die sagen wir 15 Wörter, die im Korpus jeweils davor und danach vorkommen. Wenn man sich bei vielen tausend Fällen des Verbs Geben in einem Korpus anschaut, welche anderen Wörter besonders oft in seiner Umgebung vorkommen, dann lässt das Rückschlüsse auf so etwas wie die prototypische Bedeutung dieses Verbs zu. Das wiederum lässt vorhersagend darüber zu, welche Bedeutungen von Geben für SprecherInnen am leichtesten abrufbar sind, weil sie am häufigsten damit konfrontiert sind, welche sie deshalb auch am ehesten selbst produzieren und mit welchen Varianten sie am wenigsten vertraut sind. Das Motto ist dabei, die Bedeutung eines Wortes erkennt man am besten an seiner Gesellschaft. Zwischenfazit. Die Untersuchungsbedingungen in Korpusstudien können lange nicht so gut kontrolliert werden, wie die in experimentellen und in Befragungsstudien, in denen semantische und pragmatische Faktoren gezielt manipuliert werden können. Die Annotation intersubjektiv nachvollziehbar zu machen, bedarf der Annotation durch viele oder der automatischen Annotation. Dafür können Korpora authentisches Sprachmaterial liefern, oft komplementiert von Informationen in weiteren Kanälen. Durch komputationelle Verfahren ist die Untersuchung riesiger Textmengen möglich, die viel repräsentativer für den Sprachgebrauch sind als ausgedachte Kontexte und Ausdrücke in Experimenten. Im Idealfall designt man Verhaltens- oder neurophysiologische Studien oder das Material für Befragungen, nachdem man Korpusanalysen durchgeführt hat. Neurophysiologische Experimente sind zuletzt solche, die Reaktionen von Versuchspersonen auslösen, die klar außerhalb ihrer direkten Kontrolle liegen. Zum Beispiel elektrische Entladungen im Gehirn, Sauerstofftransport im Gehirn, Puls- und Blutdruck. Um diese Prozesse sichtbar zu machen, sind besondere Messgeräte von Nöten, zum Beispiel im Rahmen der Elektroencephalographie, EEG, bei der ereigniskorrelierte Stromspannungsschwankungen im Gehirn auf dem Skalp gemessen werden, oder im Rahmen der Funktionalen Magnetresonanztomographie, FMRT, bei der vermittelt über elektromagnetische Felder der Sauerstofftransport im Gehirn gemessen wird. Der Vorteil des EEGs liegt darin, dass Spannungsschwankungen im Gehirn sehr exakt auf die Verarbeitung sprachlicher Reize bezogen werden können. Die Spannungsschwankungen erfolgen nämlich im Bereich von 100 Millisekunden bis eine Sekunde nach Reizrepräsentation. Die Spannungen können positive oder negative Polarität haben und sind außerdem grob auch im Kortex lokalisierbar, aber nur grob. Die räumliche Auflösung ist der große Vorteil beim FMRT. Dabei ist exakt lokalisierbar, wohin im Gehirn das sauerstoffreiche Blut transportiert wird. EEG- und FMRT-Studien liegen immer schon ziemlich konkrete Hypothesen über die kognitive Sprachverarbeitung zugrunde, ähnlich wie bei den Verhaltensexperimenten. Bei diesen waren es ja beispielsweise Reaktionszeiten oder längere Blickfixationen, die auf Verarbeitungsaufwand bzw. semantische, pragmatische oder grammatische Erwartungsverletzungen schließen lassen. Erhöhter Verarbeitungsaufwand bzw. Erwartungsverletzungen sind immer relative Angelegenheiten. Sie sind immer zwischen zwei Bedingungen feststellbar, also beispielsweise zwischen zwei Ausdrücken, die sich nur in einem Merkmal unterhalten. unterscheiden, z.B. im Merkmal Aktiv vs. Passiv bei gleichem Inhalt. Der Nachteil der Verhaltensexperimente relativ zu den elektrophysiologischen ist, dass die Verhaltensreaktionen, z.B. Knopfdrücken, nicht zeitlich aufgelöst sind, weil sie infolge eines ganzen Reizes erfolgen, z.B. eines Satzes als Ganzem. Oder weil sie nicht räumlich aufgelöst sind, weil man nicht sieht, welche Hirnregionen an der Verarbeitung beteiligt sind. Das EEG zeigt zeitpunktgenau die Hirnreaktionen auf einen Reiz und sei es nur ein definiter Artikel mitten im Satz. Das FMRT zeigt die Hirnreaktionen ortsgenau im Kortex. Das lässt sehr viel exaktere Hypothesen darüber zu, wie, wo und wann bestimmte Bedeutungsfaktoren verarbeitet werden. Es gibt z.B. mehrere neurophysiologische Signaturen, die mit bestimmten Sprachverarbeitungsmechanismen in Verbindung gebracht werden. Eine davon, um hier nur ein Beispiel zu nennen oder eine Illustration zu geben, ist eine Negativierung etwa 400 ms nach Reizrepräsentation. Diese sogenannte N400 wird mit semantischen Erwartungsverletzungen in Verbindung gebracht. Und es ist sogar so, dass sie in der Spannungshöhe desto größer ausfällt, je größer die Erwartungsverletzung ist. Man präsentierte Versuchspersonen den Satz Und in drei Versuchsbedingungen endete der Satz jeweils mit EAT, DRINK und KILL. Also Die Negativierung trat bei DRINK im Vergleich zu EAT auf, bei dem sie nicht auftrat, und bei KILL war sie wiederum stärker ausgeprägt als bei DRINK. Das demonstriert, dass an der Stelle THE PIZZA WAS TOO HOT TOO das Gehirn eher mit EAT als mit DRINK und eher mit DRINK als mit KILL rechnet. Warum ist DRINK erwarteter als KILL? Weil es wie EAT auch etwas mit Verzehr zu tun hat, also ein semantisches Merkmal damit teilt. Und das zeigt sich hier nicht an einer theoretischen, merkmalssemantischen Überlegung, sondern an Spannungsschwankungen im Gehirn. Es gibt sehr ausgefuchste Theorien darüber, welche solcher neurophysiologischen Signaturen wie die N400 welche Sprachverarbeitungsprozesse anzeigen, wann sie wo im Gehirn ablaufen und was davon semantisch, pragmatisch oder grammatisch motiviert ist. Zwischenfazit Neurophysiologische Experimente sind noch aufwendiger und teurer als Verhaltensexperimente und sie liefern dadurch, dass immer nur sehr spezifische Reizkonstellationen in Vergleichsbedingungen getestet werden können, kleine Erkenntnisse darüber, wie das Gehirn auf sprachliche Reize reagiert. In ausgearbeiteten Forschungsprogrammen, in denen über Jahre hinweg systematisch verschiedene Bedingungen durchgetestet werden, lässt sich aber langsam so etwas wie eine kognitive Architektur ableiten, welche sprachbezogenen Prozesse wo und unter welchen Bedingungen ablaufen. Dazu gehören jetzt eben auch Prozesse, die mit Bedeutung zu tun haben. Damit sind wir am Schluss. Introspektion, Verhaltensexperimente, Korpusstudien und neurophysiologische Experimente machen Bedeutung nicht beobachtbar. Bedeutung ist und bleibt nichts Beobachtbares. Bedeutung ist und bleibt eine Abstraktion. Was man mit diesen Methoden untersucht, ist dagegen etwas Beobachtbares oder etwas, das sich beobachtbar machen lässt. Es sind menschliche Handlungen, es ist unwillkürliches Reaktionsverhalten, es sind Muster im Sprachgebrauch und es sind neurophysiologische Reaktionen. Das sind Dinge, die wir tun oder die in uns ablaufen, wenn wir mit sprachlichen Ausdrücken konfrontiert werden. Es sind weitestgehend Prozesse, die wir uns geistig nicht vergegenwärtigen können, weil sie unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle liegen. Die vorgestellten Methoden erlauben uns überprüfbare Aussagen über diese Prozesse und helfen uns dadurch, uns diese Prozesse bewusst zu machen und dadurch besser zu verstehen, was im Spiel ist, wenn wir auf bestimmte sprachliche Reize auf bestimmte Weise reagieren oder handeln. Das ist es, was wir tun, wenn wir Bedeutung ermitteln. Was in den großen Bedeutungstheorien passiert Bedeutung ist Sinn und Referenz, Bedeutung ist Konzeptualisierung, Bedeutung ist virtuell, Bedeutung ist Verhalten und so weiter. Was hier passiert ist, dass von der Prozesshaftigkeit dessen, was da unter erkennbaren Bedingungen in uns abläuft, abstrahiert wird. Es wird ebenso von der Tatsache abstrahiert, dass diese Prozesse in mehr oder minder ähnlicher Weise in uns allen Einzelnen ablaufen. Mit dem irreführenden Ausdruck Bedeutung wird ein nicht mehr prozesshafter, sondern ein statischer, ein nicht mehr individueller, sondern ein kollektiver oder sogar idealer Gegenstand geschaffen. Das kann Vorteile haben, wenn man in allgemeiner Weise über Bedeutung sprechen will, aber dadurch geht auch in gewisser Weise der Gegenstand verloren. Zumindest der beobachtbare, messbare und der, über den man intersubjektiv nachvollziehbare Aussagen machen kann. Was Ihnen klar geworden sein sollte, ist, dass wenn ein Bedeutungsbegriff ein empirischer sein soll, also einer, der uns dabei hilft, uns besser zu verstehen, dass semantische und pragmatische Theorien dann immer auf das rückbeziehbar sein müssen, was wirkliche Menschen wirklich tun. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss und bleiben Sie gesund.